Galespera, guten Abend meine lieben Freunde! Seid wieder recht kurz, ich begrüßt zu Carrier Command, der Mission. Wir legen gleich vor der Küche von Iken an und werden richtig die Probe mitbekommen. Ich habe schon mal so viele Jungs getroffen, an denen ich die ganzen Mantas hier rumgegeben sehe. Das wird hart. Das ist ja eigentlich gar keine Verteilung, die uns sehen, oder? Das ist doch eine Ressourcen- oder Produktions- aber wir sind angelegt. Ich denke, unser Carrier wird jetzt auch gleich mal loslegen. Jawoll! Wow! Mega! Der legt schon los. Schau mal, ob er auch ein bisschen nützlich ist. Jawoll! Genial! Wir haben die Vorder-Schütte-Kanone. Ach, mega! Wir stellen die Hammer-Kanone hier. Bockstarke! Was für ein Auftakt! Das gefällt mir schon, oder? Ach, mit dem Mausrad kann ich hier durchswitchen. Oh ja! Ach, wie geil! Könnte ich das auch mit Taschen machen? Nee! Oder? Vielleicht mit F1 und so? Ach, das probiere ich jetzt lieber nicht, weil auf F4 liegt ja meine Aufnahme. Was für ein Auftakt! Das war jetzt richtig cool. Wir gehen mal wieder zum Schiff. So! Guten Tag! Wir sind auch da. Wir würden gar nicht die Insel übernehmen. Bitte alles nötige vorbereiten. Teppich ausrollen. Macht Platz bei eurer Neuung. Kommand dann! Und ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Mehr gibt es nicht zu sagen. So! Sehr schön, unser Carrier feuert mal von alleine. Fuel Packs. Okay, okay. Ich möchte mal schauen, was haben wir denn? Äh, Shiplock. Sehe ich denn? Capture Island Nemesis. Und ich kann auch eine Leckarten zu los. So, was ich denn jetzt eigentlich suche. Ich hab noch versucht, hier raus zu finden. Und was wir alles im Lager haben. Das sehe ich aber nicht, ne? Also ganz genau gesagt, wollte ich hier rausfinden, ob wir diese Fuel Packs noch im Carrier haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, werden hier so viele... Warte, was ist denn hier los? Was ist hier los? Mega! Wisst ihr was? Kommt! Ähm... Unser Carrier macht jetzt mal einen kleinen Spaziergang. Einen Spazierfahrer. Einmal um die Insel bitte. Wir schauen uns das Ganze mal. Ah, wenn wir es sehen, wird es sofort abgeknallt. Bis wir wieder hier ankommen. So, hier gehen wir. Oder Fahrland. Oder Fahranker. Wie soll es denn meine ganze Wegpunkte jetzt? Ist das schon meine Wegpunkte? Ich lasse mich mal an. Ich kriege hier irgendein Wegpunkt-Limit überschritten. Ich kriege aber nicht mehr. Egal. Gut, seh's doch. So. Die Fahrt brauchen wir eigentlich noch nicht durchschicken. Die schicken wir nachher los, wenn wir müssen fahren. Wenn unser Carrier einmal die Insel durchreißt, schaue ich jetzt mal an zur Produktion. Aber für uns dann keine Spaziergang. Dein Spaß, wir haben nicht mehr Zeit. Was sagen wir denn, wenn wir das jetzt hier bleiben? Oder für uns eigentlich mal... Wie können wir noch ein paar Spaziergang gehen? Da müssen wir auch noch zwei Spaziergang gehen. Was können wir noch machen? Ich bin auch von der Deinfec. Wir haben noch 8 Spaziergang. Da können wir flashen. Grenades. Boardpanel. Ne, das war das eigentliche Problem. Manta haben wir auch. Wir können noch in jedem Sony-Kapsel herstellen. Weißt du hier so? So. Die stellen wir mal ganz kurz her. Dann machen wir die Fuelpacks. So würde ich mal jetzt sagen. Okay. Das wäre selten. Weißen die Miesel. Zu weit weg habe ich so das Gefühl. Egal. Komm, wir heben mal ab und die Manta. Schauen wir uns die Sache mal an. Hallo? Ja, aber los geht's. Wir sind anflussbereit. Anfluss durchstieg. Ach, das ist das Schild. Ach, das ist das Schild. Alles klar. We found a shield booster, Sir. Ah, okay. Das Schildbooster. So, komm jetzt mal her. Komm, lass dich mal abknacken. Was soll das? Okay, komm. Wir sind schon mal die falsche Tasche. Was ist denn los jetzt hier? Kein Bock auf den Kampf oder was? Dachte ich doch nicht. Jaja, bis jetzt haben wir es noch nicht gehört. Der bewegt sich aber auch nicht. So. Deine Entfernung. Obwohl, du uns wahrscheinlich zur Basis doch nicht. Wie sind da Spur? In den Brotgründen nicht voll. Yes, sehr schön. Und wenn ich hier? Krieg mal auf. Nein. Nur im Brotgründen. Blade Machine. Ich hau mich irgendwie nicht näher ran. Naja. Jetzt hab ich mir gedacht. Ach, von wo? Naja, hier ist noch gar nicht geschnitten. Oh, wir müssen zurück. Oh, ja ganz dringend. Ciao, ciao, ciao. Damit hab ich jetzt halt überhaupt nicht gerechnet. So, jetzt hol ich unser Carrier. Ja, den hol ich mal ein. Die liegen aber im großen Bogen. Was für eine Reaktion, ja. Sind ja unsere Carrier angreifen. Der Wildenblut, der tut das tatsächlich? Okay, ähm. Lock. Immer alles mal anders. Und Lock und Undock. So. Jetzt gibt's ein bisschen Auto. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Nix da. Nix da. Nee, 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 nee. Einfaches Ziel, jawoll. Jetzt wär's ja. So, und jetzt geht alle wieder andocken. So. Muss ich jetzt meine Hand andocken, oder was? Könnt ihr das nicht? Ist ja feuchtbar. Ist doch keine Kunst hier. Ja. Ich hab jetzt kein Problem. Aber ist das jetzt geschafft, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte es gerne andocken. Ein bisschen nach unten. Ein bisschen nach unten. Das schaffen wir auch. Ja. Ganz cool, Leute. Wir schaffen das. Wir sehen können. Ja. Ach, der lenkt immer weg. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal. Ich nummer die falsche Tasche. Jetzt kommt ein bisschen nach unten. Äh. Okay. Falsche Tasche. Nein, aber es gab Symbol. Ja, okay. Ja, okay. Ähm. Wie meinst du das anders? Ja, ganz kurz. Ja, weiß ich gar nicht. Wir sind eh gleich da. Ja. Ich konnte das mal. Ich konnte das nicht. Ich weiß aber nicht, warum es jetzt nicht geklappt hat. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Verdammte Kacke. Okay. Jetzt müssen wir vorsichtigen. Jetzt lassen wir nicht wachsen. So. So. Schaffst du das jetzt hier anzulocken? Sehr schön. Oh. Hätten wir beinahe zwei Meintre verloren. Ich bin nur mehr Aktion. Ich bitte. Dies zu entschuldigen. Das war natürlich kein Nervs. Ich bin wohl ein bisschen. Bisschen. Bisschen Action rein. Aber gute Action. Deswegen irgendwie schlechte Action. So. So. Egal. Schildbooster gefunden. Wir schicken mal unsere... Bisschen Action. Wo ist das? Haben wir denn... Ich schau mal. Da. Haben wir hier... Waros eine starke Rüstung. Ne. Haben wir noch nicht. Okay. Das heisst wir lassen mal das Waros neuen Schild drin. Das muss uns zu gefährden. Was ist das? 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 Ich konnte das früher echt mal so während der Carrier flog einfach pro Flan. Wir müssen die Nähe hinkunden. Dann wahrscheinlich ist das im Boden dann einfach mit der F-Kasch mit der Schleppchen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Alles klar. Kann ich nicht aktivieren oder musst du ihn zerstören? Oh ja. Indies zu zerstören. Richtig. Nehm ich mal ein. Dann aber die Hauptschritte. Nehm ich mal ein bisschen absteuern. Ich hoffe, ich hoffe, ich muss den Zerstörer. Waren sie ihn wieder zu zerstören? Hm, mache ich schon wieder alles falsch. Ist ein Drivebooster, ja, versuch ich ja. Ah, okay. Alles klar, Roll-Einbacken oder noch. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ist das ja doch schade? Dann erledigen wir mal das Thema. Ja, ich kann mir sicher denken, dass das funktioniert, ne? Das Weg heißt ja Schnee-Booster. Schauen wir uns alles rein, so nach und nach. Ganz groß. Ach, komm mal. So. Okay. Schön, ne? Hören wir mal nach Möglichkeit, das ist sichtbar in Krono. Ich liebe die Prattpennen, die ist einfach nur mega. Manta, guten Tag. Ne, 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 werden wir schon wieder kommen. Was, das? Was, das? Was, wo? Oh, das ist jetzt auch nicht nett. In mehreren Zeiten. Sehr schön. Was, da kommen wir gleich hier, machen wir erst mal. Oh, ja. Laser-Edit Area, was? Ich habe irgendwas bekommen. Ich weiss auch nicht, ob die Kamera ist. Was? Laser-Edit Area. Laser-Edit Area. Sehr schön. Ressource. Die kann man immer wieder kommen. Gehen wir mal wieder zurück. Vorsicht bitte, ich wende. Jetzt kommt noch mal wieder. Da. Ja, da. Schick. Das neue Handkrieg. Das ist aber gut. Sagen wir mal wieder zurück. Ich nehme mal ein Rassmodell zum Radar. Wir sind hier zurück. Ich schicke mal die Mantas auf Halt, drehe ich es dort hin Da fühlen wir uns ein bisschen praktisch, schauen wir uns den Super Heroes an Ich weiß es nicht Virus 8 Under Attack Engages Internet Oh, 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 ganz schnell Ich bleibe aus Flaggbeschütze, das ist das Problem Die hauen richtig kürzer rein So Lass sie mal hier stehen, einfach nur mal zu schauen. Ich versuch mal den Radar hier zu verstehen. So gefällt mir das. Du musst einfach auf die Schweren. So muss es sein. Weil wir auch wenige Situationen haben. Na komm schon. Kommt ihr jetzt mal bitte. Jetzt in die Richtung. Sehen wir auch mehr. War ja was. Wir machen doch mal so. Guck mal auf hier und zack fängt man das an. Sollte eigentlich kein Problem werden. Ich hoffe nicht. Sollte eigentlich. Ähm. Erschwärts uns ja nicht und fürcht meinen Befehle. So. Was macht denn die KI hier schwöre. Hau doch einfach mal drauf. Ja. Ja. So. Jetzt geht es doch. Ja. So. Und jetzt bitte hier gleich für das nächste. So. Zwei. Zwei. Einmal bitte hier landen. Stopp. Sehr schön. Dann drücken wir drei. Dann drücken wir drei. Auch wieder. Und vier. Vielleicht auch. Ich sage einfach nichts für KI. Ich werde da auch einfach auch mal ein bisschen spieligen. Irgendwie ich kann die Qualität noch nicht so überzeugt haben. Ich bin ja schon mal hier. Warte mal runter. Geht nochmal auf. Rearm! Zwei weitere, ist schon ok. Ok, 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 alles klar. Hier geht alles gut. Ok. Äh, wie wir es jetzt sehen? Ach, was ist das denn? Jetzt war Hülp noch. Da würde ich mich wohl verarschen, oder? Mach den jetzt endlich klar. Komm. Ballusch hier. Komm, schau mal an. Wir machen eigentlich alles selber. Dann weiß ich zumindest, ich verschwinde. Ich bin wahrscheinlich. Ja. Nein, 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 nein. Rückwärts, rückwärts, gar nicht. Ja, ja, draußen. Ich habe vielleicht keine Munition mehr. So, Munition aus. Das ist natürlich ganz, ganz bezaubert. Ich hätte sie gar nicht bezaubert können. Anschließend. Was ist das denn? Ich habe eine Schilderung. Ich habe eine Schilderung. Ich habe eine Schilderung. Ich habe einen Schilderung zu verraten. Ein Schilderung. Es kann noch nicht überraschen. Ja, ich habe eine Schilderung mit den Zellen. Ich habe eine Schilderung. Oh, nein, es ist das dann. Was ist das? Das magne! Magne, das was die Sonne! Die. Die Monitoring kann der Laden aus. Start. Aus.